Erstens, es werden keine Fragen gestellt. Herr Lindemann, was macht Ihr Filmprojekt? In Deutschland dreht man keine Genrefilme oder Horror-Trash. Zweitens, wenn dir jemand etwas sagt, dann tust du es, klar? Wir drei, Facherstöchter, wie wir hier sitzen, machen einen schönen Roma-Film-Marathon. Ich habe im Internet eine Seite gefunden, die für dich interessant sein könnte. Da steht, dass sie Filmstudenten suchen und dass man da Geld verdient hat. Sag mal, kennst du irgendwie diese Leute hier? Weißt du, was sie von uns wollen? Wie sind wir hier überhaupt reingeraten? Du bist doch schon länger hier als ich. Du musst doch irgendwas wissen. Jetzt mach dich erstmal mit dem Equipment vertraut. Heute Abend wartet Arbeit auf dich. Dino, du musst das nicht tun. Steven, die manipulieren mich. Wer merkst du das gar nicht? Steven! Ich wusste, dass du so krank, die ergriffen, ohne dass du es gemerkt hast. Jetzt geht's los! Was steht als nächstes auf der Liste? Mach schon, Steven! Zeig der Welt, dass du ein wahres Filmcheny bist. Ja, wenn sie es sagen. Ja, ich hoffe, sie haben da recht. Fuck God! Ich bin da Clear. Es geht nicht. Ich bin da nicht. Guess will. Schritt und geht's... Vielen Dank.